Hallo, Detektiver! Willkommen zu unserem heutigen, was auch immer, wir tun, wir müssen Videocontent füllen, deswegen machen wir jeden Scheißdrück. Nein, sag's so, als ob wir diese Videos gern drehen. Ach so, okay. Hallo, willkommen, Detektiver, zu unserem heutigen Scheißdrück, den wir gerne machen. To Long Dean and Read Version. Wir ziehen Fragen und beantworten sie mit diesen Schildern. So, Frage Nummer 1. Wer ist der grindigste? Demokratisch gesehen, müssen wir Recht haben. Ja, aber warum ist Mo grindiger als du jetzt? Ich bin eine knappe zweite Stelle, das sehe ich schon. Er isst zumindest Blaukäse-Sachen, die sehr stinken. Ja, aber das macht ein ganzes verschissenes Lanz, das ein Froschchen gefrisst hat, so grauslich kann es nicht sein. Er ist Franzose, er muss das machen. Wer ist am ehesten eine Drama-Queen? Oh, eine Vanilla-Standard-Frage jetzt. Ja. Ich hab eh was, gell? Ach so, okay. Ich weiß nicht, ich bin so nach innen, mein Drama zeige ich meist selten nach außen, aber... Ich veräußerliche es sehr, ich kann auch nicht verstecken, wenn ich irgendein scheiß Problem habe. Wenn ich angepisst bin oder beleidigt oder ich weiß nicht was, dann... Dann gebe ich das sehr zu spüren. Ja. Und ich kann es wirklich nicht unterdrücken, leider. Es hat manchmal seine Vorteile, du trägst einfach deine Gefühle nach außen. Ja. Und manchmal bist du eine fucking Drama-Queen. Ja, die Sache ist halt, ich kann es nicht verschieben. Manchmal ist das Timing nicht so praktisch, wenn man jetzt pisst ist in einem Moment. Dann wäre es praktischer, wenn man es eigentlich aufschiebt auf später. Damit, naja, aber gut. Wer würde am ehesten eine Akopolypse überleben? Das hast du geschrieben. Ja. Ja, mit Mo bitte amobili aufzukriegen. Du bist zu Hause und kriegst nicht mal mit, dass eine Apokalypse draußen da ist. Ach so, scheiße, das Internet funktioniert nicht. Wer wird als erstes raumvoll krepieren? Ja, ich glaube aufgrund, da ich schon einen schlechten Kopf habe und Magenprobleme, werde ich einfach irgendwann aus einer Kombination von psychisch und physischen Sachen skrippieren. Ich habe noch keine Körperprobleme, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht so spät einen Herzinfarkt haben werde. Also so Ende 30, Anfang 40. Ich glaube, da wird es. Eine Follow-Up-Frage zur Apokalypsen-Frage. Wer würde, wenn er an der Macht wäre, für die Apokalypse sorgen? Ich wollte eigentlich... Ups, ich wollte eigentlich mich ziehen. Oh. Okay. Ich glaube schon, dass du einfach die Leute, die du für dumm und unfähig hältst und die es nicht verdient haben zu wählen, dass du nach einiger Zeit genervt hätte, mit denen dafür sorgen würdest, dass sie einfach ausgerottet werden. Hört sich sehr nach mir an. Ich würde es aus Spaß machen. Aus Rottung? Ja. Achso, ja. Wer würde am ehesten Porn drehen? Als Sexer, nicht Kamera oder so. Ich habe eine sehr definitive Antwort darauf. Ja, ich auch. Ja, nix. Vor allem, es gibt ja schon Porn von dir, oder? Es ist kein zweisamer Porn. Es gibt Porn. Ich bin beim Wichsen auf Pornhub schon zu finden. Wer auch immer es mir findet und das Video mir privat schickt, kriegt eine Detektivwurkunde. Oh, das ist cool. Seht ihr das für uns auch? Ja. Nein, nichts. Ihr wollt es ja nicht sehen. Ich wollte es euch ja zeigen, aber ihr habt kein Interesse gehabt. Du Drama Queen. Sieh dir meinen Löwen an. Das ist lustig. Ich mag das Video voll gerne. Ich fange an zu wichsen, die ersten 40 Sekunden und nachher, weil ich halt gerne in After Effects rumspiele, dann fliegt mein Schwanz, wenn ich komme, wie in eine Rakete weg und durchs Zimmer und ich versuche ihn zu fangen. So hat das Video auch. Das ist großartig. Aber was ich gerne machen würde, ist so ein Herr der Ringe Wichs Video, wo ich als Frodo verkleidet, man sieht mich nur so unterhalb, dann gebe ich dann einen Ring drauf und dann ist mein Schwanz unsichtbar. Das klingt schön. Ja. Siehst du, wir lernen was durch dieses Spiel. Wer würde am ehesten einen abgegrindeten, abgerichteten Affen, okay, wer würde am ehesten einen abgerichteten Affen in Thailand ficken? Wer das wohl geschrieben hat? Was? Terpens. Jetzt musst du ihn wohl ficken, um den Pläscher rauszuholen. Aber du weißt, ihr wisst welche Affen ich meine, oder? Die so gefesselt sind und dann lunzt man rein. Nein, was zur Hölle. Siehst du, du kennst dich aus? Natürlich bist du, der, der das fickt. Was zur Hölle, gibt das wirklich? Ja, das ist sehr unethisch. Aber es sind Affenprostituierte, die es tatsächlich gibt. Das ist richtig, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sogar dort legal sein sollte. Aber es passiert. Sie hätte gedacht, das ist die Frage, wo ihr am meisten darüber diskutiert, sie mit einem abgerichteten Affen zu ficken ist. Naja, das wird interessant. Er sagt, das gibt es wirklich. Wer hat die meisten Dark Secrets? Bevor ich anfange, aber ich glaube halt immer, weil du kommst dann doch immer ab und zu mal mit irgendwelchen Verletzungen vorbei, die dann im Sub passiert sind und dubios sind. Das ist ja kein Dark Secrets, wir werden einfach mehr aufs Bauch halten. Glaubst du, wir sind in einem Fight Club? Ja, wahrscheinlich. Das ist aber nur ein Dark Secretsch. Ich glaube, du wirkst einfach wie jemand, der zu Hause irgendwie im Keller einen Affen gefestet hat. Ich glaube, es gibt viele Sachen, wo du einfach, das Gefühl hast, das wäre verwerflich oder so, wenn du es sagen würdest, selbst uns, und dass du es deswegen für dich behältst auch. Ja, weil du auch der Klinikse von uns bist. Wer hat die meisten unerfüllte Träume und Sehnsüchte? Ja, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber ich glaube, deine Träume sind substanzieller und realer und meine sind die unrealen Träume. Was sind deine Träume, wenn du dich selber schon pickst? Oh, so viele Sachen. Ich möchte sehr, sehr reich sein. Nein, aber ernsthaft, oder magst du nicht drüber reden? Doch, ja, weil natürlich wäre es mal cool, bei einem fetten Film mitzumachen. Weil es sind schon Schritte weiter passiert im Profibereich. Das bildet man sich bei anderen auch ein bisschen ein, dass es nach mehr ausschaut. Im Endeffekt, das, was ich mache, ist YouTube. Aber immerhin. Wenn man es auf etwas runterbricht, ich mache nur YouTube. Ich mache Werbung und Krimis. Ja, wir machen alle Bullshit. Wer hatte die meisten Konflikte mit der Polizei oder Justiz? Von dir weiß ich nur ein paar Instanzen, wo du ein Polizeiauto... Wolltest du es klauen oder was wolltest du machen? Ich wollte es öffnen, getrunken. Und es war nicht so nett für die Polizisten. Und ich wurde auch schon aufs Department mitgenommen, weil ich zu laut Musik gehört habe. Wirklich? Das wusste ich nicht. Und auf die Bitte des Polizisten, dass ich es ausstellen sollte, habe ich es nicht getan. Weil ich meinte, wer kann mir das nicht vorschreiben, aber er hat es mir vorschreiben können. Ich glaube, das können sie vorschreiben, ja. Wer kann am besten kochen? Das können wir auch sehen im Pets-Video. Scheiß-Fantosen. Das war nicht klug. Was hast du getan? Weine reingegeben? Ja, ich habe Weine reingewehrt. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube echt, dass deine Scheiße so ein bisschen wie ein Käsekreiner ausschaut. Ja, aber es ist halt pikant. Was ist das Käse? Würmer. Und pikant. Ich mag es ganz scharf. Pekante Würmer in Scheiße. Gut. Wer ist der Jüngste? Was ist denn das für eine Arschlochfrage? Wo ist der Jüngste mit 42 Jahren? Korrekt. Na, 27, 32, 31? 31. 31, 32. Korrekt. Bin ich schon 27? Ja, stimmt. Passt. Am selben Tag wie Hitler. Nein, nicht gar nicht. Das sagst du jedes Jahr. Hör auf, Lügen zu verbreiten. Hitler hat am 20. gehabt. Ich habe am 19. Er war vor Hitler. Wer wird als erstes Selbstmord begehen? Das heißt, wir werden alle Selbstmord begehen? Ja. Ja. Okay. Irgendwann wird dein Ruhm dir zu Kopf wachsen und dann wirst du dich umbringen. So wie Heath Ledger eben. Oder das Fehlen des Ruhms. Ich werde irgendeinen Grund finden. Das ist die traurige Wahl. Oder wie David Carradine. Autorotische Assfixation im Badezimmer. Allein am Dixen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Alle treffen auf mich zu. Hast du die Frage geschrieben? Die habe ich geschrieben. Hast du damit impliziert, dass es mehr als eine Person gibt, die selbstmord? Alle. Das ist a happy game. Ja, aber die Sache ist, ich weiß, ich würde nie Selbstmord begehen, no matter what. Du schon? Ja, wahrscheinlich. Welche Umstände? Oh, das muss alles schon richtig scheiße sein. Okay. Dann schauen wir, dass alles gut ist. Fast. Oh Gott, das schmeckt wirklich gut. Ja, wobei, es gibt immer Umstände für Selbstmord. Immer positiv denken. Ziegerein, der Ziegerein, der Ziegerein, der Ziegerein. Wurde euch mal auf den Bauch gekackt. Nein. Dir? Nein. Wer würde am ehesten Fürze essen? Easy. Wups. Ja, die Frage, wer würde am ehesten Fürze essen, beinhaltet ja, dass Petz nicht schon Fürze gegessen hat, was er ja regelmäßig macht. Ja. Die eigenen. Hast du schon mal Fremde Fürze gegessen? Nein, noch nicht. Willst du Fremde Fürze essen? Kommt drauf an, von wem. Am ehesten von deiner Frau. Von welcher Celebrity-Frau würdest du am ehesten oder am liebsten Fürze essen? Scarlett Johansson. Das ist kaum schnell. Okay. Das ist anscheinend nicht das erste Mal, das hat man gemacht. Wer ist der größte Alki? Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das Gegenpositionen kommt. Du, ich bin auf alle Fälle knapp dahinter, aber ich trinke nur in sozialen Umständen. Ich trinke zu Hause zum Beispiel nicht. Also ich trinke nicht alleine. Naja, du trinkst schon alleine. Du bist alleine in einem Lokal, dann trinkst du auch. Aber das ist ein soziales Umständen für mich. Das ist vielleicht eine Ausrede als Alkoholiker. Ja, das ist eine Ausrede. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in eine Stadt ziehen würde, wo ich keinen kennen, würde ich das auch alleine zu Hause machen. Ich trinke zum Beispiel nicht, wenn ich arbeiten muss am nächsten Tag, was Petz ja definitiv macht. Das stimmt. Ich trinke so oder so eigentlich wirklich selten. Du hast vorher gesagt, oh Gott, wir haben keinen Alkohol. Ja, zum Drehenfilme mag ich schon trinken. Da ist es irgendwie einfacher. Außerdem, ich sage, ich möchte was trinken und dann trinke ich Apple Cider. I mean. Wer masturbiert am ehesten zu seinem eigenen Gesicht? Easy. Finde ich. Wobei... Es ist nicht so easy. Es sind nur die Gründe unterschiedlich. Ich glaube, bei mir einfach nur aus eben wissenschaftlicher Neugierde, weil ich einfach neue Sachen fühlen und erfahren will. Und bei dir, weil du dein Gesicht einfach saugeil findest. Ich habe so Phasen, wo so, ich sage mal, zweimal im Jahr, wo ich mich wirklich geil finde. Und da könnte ich dann schon zu meinem eigenen... Ich habe zu meinem eigenen Penis schon masturbiert, also ist das Gesicht nicht so fern. Ist es nicht irgendwie... Man kann nicht nicht masturbieren, ohne zum eigenen Penis zu masturbieren. Ich meine als Bild. Du hast deinen Penis ausgedruckt und er angeschaut. Ich habe ihn nicht ausgedruckt, ich habe ein Foto davor gemacht am Handy und habe mir dann so ein Foto geholt. Wieso? Weil es schön ist. Interesting. Wer wäre das beste Pokémon? Großgeschrieben. Du bist Missingno oder so. Oh, interesting. Okay. Was ist deine Begründung? Schauspielerisches Talent. Du bist so ein Ditto-Pokémon, das einfach nur sich anpassen kann an die jeweilige Situation. Finde ich schön. Ich denke bei dir immer, nicht wegen dem Körper, sondern wegen was anderem am Pumelo. Okay, ich habe Relaxo erwartet. Weil du dann so viel Musik machst, bis andere einschlafen. Wer will du seine Seele literally verkaufen für Erfolg? Ich hätte echt kein Problem damit. Hey, letztens in Wiener Neustadt am Bahnhof wollte jemand deine Seele kaufen. Ja, ich habe... Du hast es gemacht. Wir waren nach der Triebcon in Wiener Neustadt am Bahnhof und ein besoffener, dämonisch aussehender, alter Mann hat Petz gefragt, ob er ihm die Hand gibt, weil dann gehört ihm seine Seele. Und er hat dann nämlich schon 50 Seelen gefangen. Dann hat er Petz verweigert. Was schlau war, weil er hat kein Angebot gemacht dafür. Richtig. Das gehört ja dazu eigentlich. Aber man hat gemerkt, dass du überlegst. Wenn das Angebot passt, hättest du es gemacht. Ja. Geh scheißen! Du weißt. Wer ist am sportlichsten? Du bist halt dünner, aber ich weiß nicht, wie viel Bewegung du machst. Ich komme aus sehr sportlicher Hintergrund. Das heißt, ich mache Sport und du nicht. Wer ist körperlich am fittesten? Oh shit. Quasi die Sportfrage. Jetzt kann ich mich nochmal blamieren. Also das mit der Hand, ich habe mich überzeugt. Gut. Okay. Wer ginge am ehesten ins Puff? Na ja, jetzt ist es jetzt schwierig, oder? Voll. Come on Petz. Versteh mich jetzt. Verteidiger dein Statement. Ich. Du hast Erfahrung. Ich war noch nie im Puff. Du Petz. Ich kann nichts dazu sagen, dass mich verteidigen wird. Okay. Man merkt mit deiner Scham gar nichts an Petz. Wer kifft am meisten? Easy. Weil ich auch nicht viel kiffe, aber ihr kifft halt nix. Richtig. Wer hat bisexuelle Tendenzen? Auch, das stimmt. Aber ich glaube, du auch. Ich scheine es auszustrahlen, aber noch habe ich das Bedürfnis, das auszuleben. Aber ich glaube, du würdest das machen, wenn es so ein Why not so ein Moment ist, irgendwann. Oder ich traue dir das ja zu. Schmusen ja, sexuell nein. Also ich bin da echt ein Pusshound. Also wenn ich glattrasiert... Aber ich verstehe, dass man mich als Antwort da nehmen kann. Wenn ich glattrasiert bin, werde ich von vielen älteren Männern gefragt. Was wirst du gefragt von älteren Männern? Können sie sich verpissen? Wer wäre jetzt am ehesten rich and famous? Können wir da nicht eine Multi-Antwort machen? Weil irgendwie wäre das gut, wenn wir das gemeinsam machen. Fuckin Wichser. Ich hätte dich was anderes nehmen sollen. Spul nach vorne, Trajan, wo ihr rich and famous seid und ich für euch auf der Couch lebt. Was sagst du Wichser zu mir, wenn du mich auch als Antwort nimmst? Naja, wenn man sich selber nimmt, ist das was anderes. Wer ist am urkultsten ich? Ich stimme nur zu. Oh warte, ich nehme meine Antwort zurück. Meine Antwort ist, oh hoppsa, schon wieder ich. Siehst du, das ist cool. Wer wäre am ehesten zum Mord in Stande? Ah, okay. Was, wieso hast du mich nicht genommen? Ich glaube nicht, weil ich glaube ich wäre ein extrem guter Serienmörder. Ich glaube auch. Ich glaube ich könnte mich da ziemlich gut reinsteigern. Du könntest es auch gut verstecken. Ich glaube das könnte ich nicht machen. Man würde mir ansehen einfach, wenn ich mich schlafen würde. Ich glaube bei mir wäre es so eine Hobbysache, so regelmäßig. Du würdest das einmal machen. Also ich glaube wenn du Erfolg hast als Serienkiller und du überberichtet wirst von dir, du stehst einfach extrem drauf auf die Publicity. Das stimmt, das stimmt. Als scheiß Schauspieler. Das will man eigentlich nicht wahrhaben, aber ich glaube ich wäre ein guter Serienmörder. Ich habe es im Moment nicht vor, weil ich zum Glück noch etwas Liebe in meinem Leben gesehen habe. Kannst du dir vorstellen, Serienkiller zu sein? Nein, Serien nicht. Also wenn dann wirklich einmal und dann gescheit ist. Also im Affekt kann ich mir den Pat sehr vorstellen, dass er eine Mutter erwürgt. Er war ja nie im Puff. Was redest du? Ja genau. Kann man ja auch außerhalb vom Puff erwürgen. Und bei dir wo? Bei dir ist es auch so eine Affekthandlung und dann würdest du wahrscheinlich gestehen. Ich überdenke meine Affekte viel zu sehr, um wirklich so gewalttätig zu sein. Wenn, dann wäre es bei mir wirklich aus gutem Grund. Wenn ich merke, dass diese Person es tatsächlich verdient, so ein Josef Fritzl-artiger Mensch oder ich weiß nicht. Also wenn du entdeckst, dass ich Serienmörder bin. Nein, wenn du Serienmörder bist, bringst du mich wahrscheinlich eher um. Wer würde einen Furry ficken? Ja, okay. Mit Pets knapp zwei, oder? Weil ich glaube, Pets würde sich einfach freuen, irgendwas zu ficken. Ich würde es schon gerne. Siehst du? Aber ich glaube, es ist einfach dein. Ich stehe einfach auf Kostüme im Allgemeinen. Da passen Furrys auch gut rein. Aber du hast es ja sicher schon erlebt, oder? Furrysex habe ich noch nie erlebt, nein. Aber Kostüm. Ich habe Ponykostümsex erlebt, aber das zählt noch nicht ganz als Furry. War auch wer im Kostüm? Ja, einmal ja, einmal nein. Wer würde wem an der Macht für Weltfrieden, wenn an der Macht ist, für Weltfrieden sorgen? Ich würde nämlich alle umbringen lassen, die gegen den Weltfrieden sind. Wir haben die beste Frage zuletzt. Wer ist ein dummes Stück Scheiße? Wer sind dumme Stücke Scheiße? Ein würdiger Abschluss. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir würden sowas eigentlich gerne nochmal machen. Das macht nämlich ziemlich fun. Das heißt, machen wir doch so. Schreibt uns, wenn ihr solche Fragen habt, an uns oder die wir antwortet haben wollt. Oder wie auch immer. Schreibt uns unsere Fragen in die Kommentare. Dann werden wir jede einzelne Frage mitnehmen in die nächste Runde, wo wir das hier machen. Das war ja lustig. War nett. Wir brauchen noch einen Abspann, oder? Eine Endcard. Das war ja lustig. Ah!